Nicht rein. Ich kann es vergessen. Ob Thorsten, ab hier kannst du alles in die Richtung bauen, wenn du willst. Ach ja, wirklich? Aber das ist doch die Burg, oder nicht? Oder habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Nee, ich glaube, da werde ich hinbauen. Äh, 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 nein. Wer ist denn schon wieder Traitor? Bist du Traitor? Da kann ich mich doch hier mal ein bisschen umgucken. Ähm, warte mal. Lala. Äh, 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 äh. Wo ist denn jetzt? Ach, das ist ja ganz andere Ecke. Stimmt. Das, das heißt, das sei ein eigentliches Vorhaben. Nicht der Geist vor, äh, Geist. Entschuldigung. Es lebe der Zentralfriedhof. Und alle seine Toten. Oh ne, jetzt kriege ich schon den ein oder anderen Ohrwurm. Was sagst du denn dazu? Echt jetzt? Ach, leck mich doch. Äh, ich sollte die Uhr im Auge behalten, ne? Das geht so nicht. Ich wollte nur eine Stunde jetzt heute noch aufnehmen. Aber ich kenne mich. So süchtig ich bin. Nach diesem grandiosen Spiel. Nach all dem. Guck mal, wie ragst du? Ich vertreibe Schädlinge. Hab ich das laut gesagt? Oh, da treffe ich noch nicht mal. Oh, ich dachte schon, hier steht ein Raptor herum. Das fehlt mir jetzt halt gerade noch. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt vorhat. Irgendwie. Das sagt aber auch kein Ton, der Sprit. Äh, Entschuldigung. Oh, da ist verdorben. Nein! Ich mobs mal was. Fällt der nicht auf? Ne, ich fahr damit bestimmt jetzt nicht weg. Er will die Burg bauen, ja? Aber, wie? Der braucht mit Sicherheit noch Erde. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier drüben los? Oh, da muss ich aber ganz dringend was ausräuchern. Das ist ein Bison. Boah, hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, was ist das denn für ein hässlicher Felsen? Die Sonne kommt! Was? Was willst du denn? Sag mal hier. Hm? Dein Fett beleuchtet meine Wohngegend. Dich brauche ich daher. Du auch. Kleiner Spritzer. Ach, und dann treffe ich nicht. Alter! Aha. Ja, mindestens eine Session muss immer mindestens einmal in jeder Session muss immer jagen sein, habe ich den Eindruck, ne? Ich merke schon, das geht mir ziemlich selber auf die Nerven. Oh, wie sieht es denn hier in Fairhaven aus? Hallelda! Ja, sage mal! Echt jetzt? Alter, Walde! Aha! Geht doch. So, ich kann ja eigentlich ver... Ich kann ja einfach hier rüber. Ne, ich tauche ab. Werde mich schon verirren. Oh, guckt euch das mal an hier. Warte mal. Ja, hier bin ich doch richtig. Ich... Hier jetzt. Ja, mach ich voll mit Absicht hier. Als ob ich jetzt nicht ersticke. Ah, guck mal. Wir schwimmen unter der Brücke hindurch. Und schon sind wir wieder bei Sonnenaufgang. Daheim. In Doktorenheim. Heu! Was? Alles klar. Ich merke aber... Ich muss nochmal... Ei, 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 ei. Kohle holen. Vom anderen Haufen. Die dürften reichen für... Für das Lagerfeier oben. Wo ich schon mal hier bin, kann ich... Solange ich nicht weiß, wie ich Stahl produziere, werde ich auch keine Stahl... ...Werkzeuge herstellen. Ich denke, das ist ja mal klare Kiste, oder? Ja. So, du. Achso, Reis. Wollen wir mal gucken, was hier drüben ist? Ah. Sieht überhaupt nicht gesund aus. So, lass mir nochmal was fressen. Dann würde ich... Warte mal. Schon mal die Straßen verlegen. Wo hatte ich jetzt nochmal das Ding hingepackt? Da drüben in die Truhe. Naja, ich überlege auch nicht wirklich, ne? Ihr merkt das schon. Echt jetzt? Wo ist es denn hin? Achso. Ich kann damit ja die Kalorien reduzieren. Dann fresse ich einfach Marat. Scheiß drauf. So unnötig das jetzt war, aber... Meine Güte. Anders geht's ja nicht. Hier ist es. Wie machen wir das denn jetzt? Und hier ist es. Und hier ist es. Wobei, ich könnte ja eigentlich so Land erweitern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, ich ahne. Ja, ich hab ne Ahnung wie ich es mache. Wobei, ich glaube ich werde es genauso machen, wenn ich, wenn ich wüsste wie. War das Asphaltdinger oder was? Ja. 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 Na toll. Ach komm, das machen wir. Das ziehen wir noch durch. Wow. Wobei, wieso habe ich das jetzt hier so gemacht? So. Hm, andererseits. Ja komm, ich mache noch einen hinter. Ja. Warum habe ich so den Eindruck, dass das Steine sind? So, dann nehmen wir hier rum. Da habe ich jetzt wieder schnell Hunger, aber es ist mir jetzt gerade wurscht. Oh, toll ey, ernsthaft. Oh, warum denn nur? Was ist das denn jetzt wieder? Komm, wahrscheinlich, wie ragst du da her und mach das schon. Mit Sicherheit, ja. Ich kann eigentlich meinen ersten Skillpunkt nochmal reinsetzen in Adverts Smelting. Ah, wahrscheinlich kann ich das jetzt erst, pass auf. Ah, wo wollte ich denn jetzt hin? Oh nein, ich sehe gerade. Ich überziehe fast schon. So, da will ich jetzt aber noch nachgucken. Dann war ich aber auch gleich Schluss. Warte mal. Ne, hier kann ich es nicht. Hochofen. Ach, das ist ein Steinding. Ja, toll, ey. Wo kriege ich denn einen Hochofen, sag mal? Und wer ist denn Traitor? Ja, keine Ahnung. Ich werde da wohl... So lange ich nicht rausfinde, wie ich das und das mache, kann ich nicht weitermachen. Wobei... Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Brenn... Backofen ist das. Ist das ein Nitsch? Keine Ahnung. Dann machen wir ihm nächstes Mal weiter. Macht es gut. Ich bin raus. Und das ist ja jetzt...